...Grizzly. Beeil dich, Jakari. Bei den beiden kann man doch nie wissen. Keine Angst, kleiner Donner. Wirbelwind und kleiner Dachs sind gute Schützen. Was sagtest du gerade, Jakari? Wer fehlt? Alle beide. Bei solchen Schützen wird der Stamm schnell verhungern. Das habe ich gehört, Regenbogen. Die Zielscheibe wackelt. Das ist ziemlich schwer. Ja, bei mir war auch der starke Wind schuld. Der starke Wind war schuld? Hier weht aber gar kein Wind. Tu lieber mal was, Jakari. Ist ja gut, ist ja gut. Pass gut auf, Jakari. Die beiden stellen gern Unsinn an. Warte, ich mache die Zielscheibe mal richtig fest. Und Gleichstand. Oh nein, meiner ist näher an der Mitte. Nein, meiner ist näher. Das werden wir ausmessen. Wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr euch einen neuen Schiedsrichter suchen. Es gibt aber keinen Unentschieden. Wir müssen wissen, wer der Bessere ist. Ihr seid beide die Besten. Sogar die Allerbesten, sagt der Stamm. Nicht wahr, Fettauger? Na seht ihr, er sieht das genau. Machst du dich über uns lustig, Jakari? Äh, ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. Nein, auf keinen Fall. Wir wiederholen das. Ja, aber nicht mit diesem alten Ding. Da hat man nur Angst, dass man es kaputt macht. Wir gehen los und jagen Truthähne. Ha, Truthähne zu jagen ist doch nur was für Babys. Wir jagen Vapitis. Das ist was für echte Jäger. Ich bin jedenfalls schon lang kein Baby mehr. Und außerdem, Vapitis jagen ist so einfach. Wir jagen einen Grizzly. Oh nein, macht das nicht. Ein Grizzly? Seid ihr verrückt geworden? Ähm, Grizzly meinst du? Na, das ist wirklich kinderleicht. Mal sehen, was jeder von uns mit einem Pfeil schießen kann. An einem einzigen, sagst du? Äh, gute Idee. Dann sehen wir ja, wer ein guter Jäger ist. Wie mein Vater, stolzer Reiter. Hört auf, ihr beiden. Das ist doch wirklich Unsinn. Misch dich nicht ein, Regenbogen. Das geht nur Wirbelwind und mich was an. Ja, das stimmt, Kleiner Dachs. Das ist nur was für große Jäger. Wir dürfen das nicht zulassen, Jakari. Nachher treffen die zwei tatsächlich auf einen Grizzly. Kleiner Dachs ist schrecklich dickköpfig. Und Wirbelwind will seinem Vater etwas beweisen. Wir müssen sie davon abhalten. Hast du eine Idee? Hm. Hast du Angst? Das wäre völlig normal in deinem Alter. Natürlich habe ich keine Angst. Ich habe niemals Angst. Genau wie mein Vater. Warum? Hast du etwa Angst? Ich? Nie. Und ganz bestimmt nicht vor einem Grizzly. Hast du schon mal einen Bären gejagt? Na, aber sicher. Was denkst du? Ach ja? Na, und wie oft schon? Oh, sehr oft. Meine Freunde, ich muss euch bitten, mir bei einer sehr wichtigen Aufgabe zu helfen. Dazu wäre es toll, wenn du, flammendes Geweih, einfach durch den Wald runter an den Fluss gehst. Sehr gern, Jakari. Bleib da stehen und tu bitte Folgendes. Das ist ein guter Ort, um zu der Jahreszeit einen Grizzly zu finden. Stimmt. Zu dieser Zeit schwimmen alle Lachse den Fluss hinauf. Mein Vater sagt, dann kann man hier endlos viele Fische fangen. Ähm, ja, sehr richtig. Ob du es glaubst oder nicht, das weiß ich schon sehr lange. Da, Spuren. Oh. Ja, das sind wahre Luchsaugen. Die sollte jeder gute Jäger haben. Kein Zweifel. Ein Grizzly. Der ist aber groß. Sieh mal, wie tief der Abdruck ist. Mein Vater hat mir Fährtenlesen beigebracht. Hä? Geh du vor, kleiner Dachs. Der Jugend die Ehre, Wirbelwind. Respekt für die Älteren. Ach was, wir gehen einfach zusammen. Das ist gerechter. Hm. Sie werden glauben, das sei der größte Grizzly im ganzen Wald. Sie dürfen uns nicht einholen, sonst kommen sie dahinter. Ach, die sind viel zu beschäftigt. Was war denn das? Der Wind? Der Wind und kein Blatt bewegt sich. Ein Wapiti? Au. Hm. Ja, dort ist meiner. Und deiner genau daneben. Hä? Hast du auch gesehen, wie die Pfeile tanzen? Aha. Lass mal, ich mach das schon. Aber... Am besten, wir erzählen jemandem etwas davon. Äh, ja, das würde uns auch keiner glauben. Und sowieso hat bestimmt der Wind die Pfeile bewegt. Genau, der Wind. Und trotzdem machen sie weiter. Die sind beide wirklich sehr dickköpflig. Und lassen sich von nichts abbringen. Wir haben ja noch einen Plan. Ach so, Kiefernzapfen sind das. Äh, ja, lieber vorsichtig sein. Angst hatte ich jedenfalls nicht. Ich sowieso nicht. Sind wir hier nicht schon mal gewesen? Bestimmt nicht. Sieh dir das an. Das ist immer noch die Fährte, die ich entdeckt hab. Äh? Was? Sie haben nicht gemerkt, dass sie im Kreis gelaufen sind? Kleiner Dachs will nicht zugeben, dass die Fährte ins Nichts führt. Er ist zu stolz. Hoffentlich werden sie es nach zwei Runden einsehen. Oh nein. Nicht auch noch eine dritte Runde. Ich schaue mal, was sie vorhaben. Lasst eure Pfeile stecken. Ich bin kein Grizzly. Regenbogen? Das wusste ich. Aber auf der Jagd bin ich auf alles gefasst. Ach natürlich, ihr jagt hier einen Grizzly. Schon einen gesehen? Wir sind ihm auf der Spur. Hey, Vorsicht, du verwischt uns ja die Fährte. Entschuldigung. Er ist nämlich sehr groß. Habt ihr ihn gesehen? Ähm, noch nicht. Aber die riesigen Spuren sagen, er ist... Riesengroß. Die laufen weiter im Kreis. Das kann sehr leicht böse enden für die beiden. Gehen wir, es wird spät. Wir wollen ins Dorf zurück. Da könnt ihr auf das Ziel schießen. Ach, ich geh auch allein weiter, wenn du zu müde wirst, Wirbelwind. Geh ruhig nach Hause. So ein Quatsch. Ich kann noch bis morgen weiterjagen, klar? Keiner von den beiden will aufgeben, Jakari. Wir müssen uns was anderes ausdenken, damit sie das sein lassen. Warte hier. Ich reite ins Dorf. Diesmal brauchen wir was, was ihnen richtig Angst einjagt, kleiner Donner. Wir müssen sie aufhalten, bevor ihnen etwas passiert. Halt! Da! Das sollte heißen, ich erledige den Bären und du den. Nanu, gibt es da ein Echo? Nein! Weg hier, da ist ein Grizzly! Und da ist riesengroß! Sie haben dir doch nichts tun wollen! Halt! Nicht da lang, da geht es nicht weiter! Ah, spring auf, Jakari! Der Grizzly hat furchtbar schlechte Laune. Er ist ziemlich wütend auf unsere Freunde. Hey, du Grießgraben! Komm her, hier bin ich! Schnell, kleiner Donner, da lang! Ich muss dir was gestehen, Wirbelwind. Ich habe noch nie so ein Grizzly gejagt. Und ich, ich hätte besser nie diese dumme Jagd vorgeschlagen. Wir werden das nur zusammen schaffen. Bist du bereit, Wirbelwind? Na klar, kleiner Dachs! Nicht! Wartet! Ja, Kari? Wir werden euch da rausholen. Steig auf meine Schultern! Aber, und du? Schnell! Oh nein! Vielen Dank, Freunde! Ah ja, ihr habt uns gerettet! Bedanken wir uns auch bei kleiner Donner! Die Jagd ist beendet! Seht ihr? Die Fährte des Grizzly! Immerhin waren wir dem Riesen-Grizzly auf der Spur! Wir sind eben gute, äh, äh, gute Fährtenleser! Ihr seid unverbesserlich! Die Spuren waren unecht! Was soll das heißen, unecht? Seht mal, die haben wir selbst gemacht! Ja, ich hab's kapiert! Und ab nach Haus! Egal! Es war trotzdem ein toller Tag! Das find ich auch, Wirbelwind! Und es war wirklich mutig, einen Grizzly zu verfolgen! Na los, Jakari! Gleichstand! Gleichstand geht aber nicht! Hm, fängst du etwa schon wieder an, kleiner Dachs? Wirbelwind, Sie haben uns eine Lektion erteilt und Sie haben recht! In Wirklichkeit sind wir beide die Besten! Die Besten! Hahaha! 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 Bis morgen, Jakari! Gute Nacht, kleiner Donner! Hey! Was? Gute Nacht, kleiner Donner! Gute Nacht, kleiner Donner! Gute Nacht, kleiner Donner! Gute Nacht, kleiner Donner! Guten Abend! So ein Tier wie dich habe ich hier ja noch nie gesehen! Ähm, soll das heißen, du hast noch nie ein Katzenfrett gesehen? Nein, noch nie! Ich komme von sehr weit her! Eine Überschwemmung hat mein Nest weggespült, aber überall, wo ich danach bleiben wollte, haben mich die Tiere des Waldes verjagt! Die denken nur an sich! Du bist doch nicht so wie die, oder? Naja, ich... Ach übrigens, kleiner Mensch, der meine Sprache spricht! Hä? Wie heißt du? Ähm... Jakari! Und du? Au! Hey! Großauge heiße ich! Mach's gut! Du auch, Großauge! Hey! Mach das, du rauskommst, du! Was macht denn dieses Tier in unserem Tipi? Kusch! Oh nein, das gibt's nicht! Wirft hier alles um! Großauge? Alles hier habe ich nach was zu essen abgesucht, aber die Menschen hier sind leider auch nicht viel besser als die Tiere im Wald! Ständig jagt man mich weg! Wilde Tiere haben auch im Dorf nichts zu suchen! Na aber sicher doch, Jakari! Hier gibt es einfach alles, was ich zum Leben brauche! Man wird dich hier genauso wieder wegschicken! Da mache ich nicht mit! Ich gehe auf gar keinen Fall wieder zurück in den Wald! Wo dieser schlimme Grizzly zu Hause ist, weißt du nicht, dass der mich fressen will? Hm... So ein Tier wie ihn habe ich noch nie gesehen! Ein Katzenfrett, sagst du? Ja, kleiner Donner! Und wenn er zu lange bei uns Menschen bleibt und wir ihn immer füttern, wird Großauge abhängig von uns und verliert seinen Überlebensinstinkt! Aber warum hat er eigentlich den Wald verlassen? Das erzähle ich dir später! Lass uns schnell los, bevor er aufwacht! Er hat ziemlich viel mitgemacht! Der schnarcht ja fast noch lauter als Fettauge! Wir müssen ein neues Zuhause für ihn finden! Denn sonst passiert es, dass er ins Dorf zurückkommt! Wir setzen ihn auf einem Baum ab und reiten zurück! Hier sieht es doch nett aus! Da fühlt er sich bestimmt wohl! Hm... Auf gar keinen Fall! Ich habe das alles genau gehört! Und... Nein! Kommt dicht in Frage! Diese Lichtung gehört nur dem großen Krickrack! Krickrack, warum bist du so gemein? Der Wald gehört doch uns allen! Dein Freund sollte lieber nicht so gemein sein! Was? Meinst du Großauge? Ja! Ihr werdet nirgendwo jemanden finden, der diesen dreisten Kerl aufnimmt! Also verschwindet hier! Rusch, Rusch! Aber was hat dir Großauge getan, Krickrack? Keine Zeit für lange Erklärung, kleiner Sie-Jucks! Ich für meinen Teil muss eben etwas tun für mein Essen! Nun haut schon ab! Wenn ich ein Katzenfrett wäre, würde ich mir diese Stelle aussuchen! Hier kann man sich sehr gut verstecken und die Umgebung beobachten! Na dann weck ihn doch jetzt auf und fort... Lasst das ja bleiben! Wenn ihr diese Nervensäge weckt, steckt er doch nur wieder überall die Nase rein! Und macht sich in unseren Nestern breit! Und futtert uns alles weg! Och, wie gemein von euch! Redet doch nicht so schlecht über ihn! Doch, doch! Denn er soll hier verschwinden! Den brauchen wir nicht! Wir bringen alles durcheinander! Und frisst sich rund! Los! Bringt ihn bloß weg! Und zwar so weit weg wie möglich! Ah! 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 Ja, Kari! Mein Freund! Fischbeißer! Wir haben uns lange nicht gesehen. Und das kleine Pferdchen ist auch da. Ja, Kari hat mir letztes Jahr so geholfen. Ich stehe tief in seiner Schuld. Das ist wirklich sehr lieb, Fischbeißer. Ich wollte dich nämlich was fragen. Nur zu, mein Freund. Es ist so gut wie erledigt. Es ist was für meinen Freund da. Nein! Du hast gesagt... Nein! Ich lege viel Wert auf meine Ruhe. Dieser kleine Quellgeist hat meine Höhle verwüstet und sein kieksiges Geschrei treibt mich noch in den Wahn. Er ist doch genauso mein Freund wie du. Gut, er ist dein Freund? Dann sind wir keine Freunde mehr. Er oder ich. Lassen wir deinen großen Freund lieber in Ruhe, Jakari. Unser Schützling hat sich überall unbeliebt gemacht. Es wird schwierig werden, ihn irgendwo unterzubringen. Hm, er kann aber unmöglich wieder mit ins Luft zurück. Lass uns mal eine Pause machen. Hey! Krik-Krak! Oh, wie wär's mit einem Stück von dem Pemmikan hier nah, willst du? Ich geb's dir, wenn du mir sagst, was du über Großauge weißt. Na ja, gut, meinetwegen. Na und? Gut, hör zu. Dein Freund da, weißt du, dass er von sehr weit herkommt? Aber Krik-Krak, das ist doch kein Grund, ihn zu verscheuchen. Dieser Schnüffler steckt seine Nase wirklich überall rein. Er ist ja die ganze Nacht unterwegs und stört uns mit seinem Rumgestöber. Du hast recht, das stimmt wirklich. Das war im Dorf ganz genauso, nur... Nur ist das noch nicht alles. Bei mir hat er alles auf den Kopf gestellt und dann auch noch meine F***te weggefuttert. Und so einen nennst du dein Freund? So schlimm war es sicher nicht. Du übertreibst doch wieder. Nichts da, ein Gauna ist ein gemeiner Diek. Es ist nicht nett, so auf einem kleinen, wehrlosen Tier rumzuhacken. Ach, keiner will diesen Plagegeist hier länger sehen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, sieh mal an, du bist auch hier. Hallo, Krik-Krak. Hilf uns, einen Platz für ihn zu finden, bitte. Was? Na, wieso das denn? Solange du mir dafür nichts anbietest, nein. Ich würde dazu ja auch gern nochmal was sagen. Lass lieber ja Kari reden. Wer bist du denn? Hilf uns, Krik-Krak, und ich werde dir zeigen, wo so viele köstliche Kirschen wachsen, dass du es niemals schaffst, sie allein aufzuessen. Was? Kirschen sagst du da? Einverstanden. Muss ich euch jetzt eigentlich alle durch die Gegend tragen? Sei still! Da vorne ist es schon am Ende des Weges. Und du bist sicher, dass hier wirklich kein anderes Tier wohnt, Krik-Krak? Völlig sicher, nicht ein einziges Tier wohnt hier, das lebt. Und ihr werdet auch bald verstehen, warum. Du, ich will wieder zurück in Jakaris Tipping. Jetzt seid gefälligst mal leise! Oh, nein! Aber hier muss jemand sein. Der Gesang beweist es. Es ist aber niemand da. Die Stimmen, die wir hören, stammen von den Tieren, die ins Reich der Ahnen gegangen sind. Es sind ihre Geister, die so singen. Dein Freund kann sich gerne hier niederlassen, da wird ihn keiner stören. Und umgekehrt auch nicht. Er wird ganz allein sein mit den Geistern. Ich habe mein Wort gehalten. Jetzt bist du dran, Jakari. Also, wo sind die Kirschen? Die findest du am Rand des Waldes, ganz nah am Dorf der Sijuks. Guten Hunger, Krik-Krak. Und danke. Die Geistergeschichte glaube ich nicht. Es muss eine andere Erklärung für diese geheimnisvolle Klänge geben. Wenn wir sie finden, ist das dein neues Zuhause, Großauge. Suchen wir also die Sänger, die sich hier anscheinend verstecken. Hört ihr das singen? Das kommt von da hinten. Wartet hier auf mich. Ich hatte recht. Ganz klar, es kommt von da unten. Und hier ist auch ein Eingang. Ich kletter da mal runter. Oh. Es stimmt, die Gesänge kommen aus dem Bauch der Erde. Und hier geht es nicht weiter. Es sei denn... Der Brocken bewegt sich also nochmal. Oh nein! Jakari! Jakari ist in diesem Loch verschwunden. Nur du kannst da hineinklettern und nachschauen, was mit ihm passiert ist. Wer? Ich... Ich... Geh und such meinen Freund. Unseren Freund. Schließlich ist er deinetwegen reingegangen. Ja. Nur Mut. Rein da. Jakari! Wie schön diese Höhle ist. Jakari! Wo bist du? Ich bin gekommen, um dich vor den unheimlichen Geistern zu retten. Ich bin gekommen, um dich vor den unheimlichen Geistern zu retten. Ich bin gekommen, um dich vor den unheimlichen Geistern zu retten. Ich bin es. Ich bin es. Ich weiß jetzt, wo die geheimnisvollen Gesänge herkommen. Ja, Jakari. Komm, ich zeige es dir. Die Gesänge, die wir da oben gehört haben, sind keine Stimmen von Geistern. Es ist Luft, die wie bei einer Pfeife durch die Säulen bläst. Der Wind steigt hier hoch und bringt die Säulen zum Singen, was die hohe Grotte noch verstärkt. Gut. Schau mal, Großauge. Verstehst du? Oh, ja, natürlich. Es sind die Steine, die singen. Dann wird das mein Plätzchen. Hier bleib ich gern. Oh, und die Lichtung da oben soll Großaugenlichtung heißen. Und wenn du jetzt auch noch Freunde unter den anderen Tieren finden willst, dann respektiere ihre Grenzen und fall ihnen nicht auf die Nerven. Okay. Versprochen, Jakari. Und danke für alles. Komm mich doch bald mal besuchen. Ja, versprochen, Großauge. Auf Wiedersehen, Jakari. Weißt du, stiller Fels, diese Höhle ist wie ein Wunder. Der Wind bringt die Steine zum Singen. Ich frage mich, ob es die Lichtung der Geister ist, von der unsere Vorfahren schon sprachen. Was ist, Jakari? Hast du Geister gesehen? Keine. Nur einen kleinen Quälgeist und den sollte man nicht stören. Hä, 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 hä. Ich frage mich, ob es die Lichtung der Geister ist. Ich frage mich, ob es die Lichtung der Geister ist. Ich frage mich, ob es die Lichtung der Geister ist. Ich frage mich, ob es die Lichtung der Geister ist.